Wir haben uns im Bildungskomitee darauf geeinigt, dass wir am 12. Februar anfangen werden und wir werden das erstmalig so machen, dass wir mit den Primarias am Vormittag beginnen und mit dem Collegio am Nachmittag. In den Primarias haben wir bisher 531 Anmeldungen und im Collegio etwas über 300. Seit einigen Jahren sind wir endlich mal wieder über 300 gekommen. Welche Schulen betrifft das im Ganzen? In der Primaria haben wir sechs Schulen, das sind die Bezirksschulen Rivera, Blumenthal, Karlsruhe, Schönbrunn und die zwei Schulen hier in Philadelphia. Und Collegio haben wir ja dann durch unser Collegio Philadelphia. Gibt es besondere Projekte, die für dieses Jahr geplant sind? Also wir wollen auch in diesem Jahr wieder viel Wert auf Lesen legen. Dann feiern wir ja in diesem Jahr das 90-jährige Bestehen der Kolonie und dafür werden ganz sicher auch verschiedene Projekte in den Schulen gestartet werden. immen in Untertitelung des ZDF, 2020